So, schönen guten Morgen hier aus dem Zugspitz-Resort in Erwald. Da gibt es dann auch noch einen schönen Weg, der dann noch mal zu Gams allen führt. Also da waren wir ja gestern schon mal. Da passen wir dann schöne Sachen mit. Moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Seit drei Jahren haben wir einen Campingplatz auf unserer Liste, den wir unbedingt besuchen wollen. Wir sind immer noch mit dem Luxus Wohnmobil Ambition von RJH unterwegs und haben uns diesen Platz als Highlight am Ende der Tour aufgehoben. Wir nehmen euch mit auf einen der schönsten und luxuriösesten Campingplätze Europas, das Zugspitz-Resort in Erwald. Warum wir den Platz vermutlich trotzdem kein zweites Mal anfahren würden, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Seid ihr bereit? Dann viel Spaß mit dieser Episode. Schönen guten Morgen hier aus dem Zugspitz-Resort in Erwald. Wir sind weitergereist vom Schwarzwälder Hof hier auf den Fünf-Sterne-Campingplatz. Wir werden den natürlich für euch unter die Lupe nehmen. Ein bisschen zeigen, was man hier so machen kann. Und dann nehmen wir euch wie immer mit. Und heute machen wir... Heute? Bei diesem wunderschönen Wetter, also man sieht die Sonne, das hat Udo ganz vergessen zu sagen. Ja, das ist schon so ungewöhnlich. Wir sind heute mit Sonnenaufgang weg worden. Nicht ganz, es hat kurz geregnet. Wir wollen ja auch die Wahrheit sagen. Wir laufen heute eine ganz schöne Strecke zur Gamsalm. Das sind so um die fünf bis sechs Kilometer. Ich glaube relativ moderat. Also wir brauchen da jetzt nicht die Wanderausrüstung. Aber wir haben natürlich trotzdem festes Schuhwerk an. Das solltet ihr natürlich in den Bergen auch immer dabei haben. Ja, wir nehmen natürlich wie immer die Kamera mit. Und wer uns live verfolgen will, der ist auf jeden Fall immer bei Instagram gut dabei. Da seht ihr quasi in den Storys, was wir den ganzen Tag immer so aktuell machen. Wir kommen ja mal ein bisschen später. Nur mal so als Tipp. Also wenn ihr bei Instagram seid, gerne da auch unseren Kanal abonnieren. Dann seid ihr mal live dabei. Und ich würde sagen, wir gehen direkt los. Auf geht's. Während der Wanderung steigt uns immer wieder ein angenehmer Duft in die Nase. Das kommt auch nicht, wer Wind bringt das. Das kommt von vorne. Das müsste ja nur auf der Höhe sein. Ich finde das riecht ein bisschen wie Wacholder. Ich finde das riecht so süßlich. So ein bisschen auf so eine Blüte. Christina ist immer noch auf Suchspur, Geruchssuchspur. Das könnte Rosmarin oder Thymian sein. Irgendwie so ein... Ich kann nicht sagen, was das ist. Meine Nase sitzt auch zu, aber ich rieche da trotzdem. Seit übrigens, die wir hier sind, habe ich wieder ein bisschen Pollenallergie. Hatte ich die ganze Zeit nicht. Weder im Schwarzwald noch am Bodenweg, komischerweise. Da hat es ja auch nur geregnet. Ja, kann ja sein. Die Natur ist ja hier ein bisschen später. Du musst da Thymian sein, komm schnell. Ja, du hast doch so einen... Ja, hier. Guck. Einen Schott habe ich noch. Ich weiß nicht, ob der das erkennt, weil das schon ein bisschen verwelkt. Ja, das riecht gut. Nimm hier. Schau. Der erkennt das jetzt nicht. Ja, das ist das. Das ist auch oft in so Salben und so weit, wenn da... So Muskelsalben. Was sagst du? Thymian, oder? Arznei, Thymian. Ja, siehste. Sag ich doch, der ist oft in so Salben. Und der hat auch hier so eine Blüte. Daran habe ich das jetzt gerade auch nur erkannt. Oh, wie gut das riecht. Mhhh. Das ist wirklich gut. So, wir haben den höchsten Punkt von unserer Wanderung überschritten. Wir kommen jetzt da oben, sind wir rausgekommen. Christina hat auch endlich rausgefunden, was hier so gut riecht. Also eine Tagesaufgabe schon mal erfüllt. Und hier im Hintergrund, da seht ihr Errwald. Da werden wir jetzt mal so langsam hier runter laufen. Mit der Tour haben wir ein bisschen Pech gehabt, sag ich mal. Ich hatte die rausgesucht, weil die ein bisschen länger war als die Standardroute. Wir wollen ja zur Gamsalm. Und ja, wir laufen jetzt im Grunde hier über die Skipisten. Wir sind über die Skipiste hoch und laufen jetzt hier über die Skipiste wieder runter. Ist jetzt nicht schäbig, aber ja. Wir sind heute noch früh dran. Vielleicht können wir gegen Nachmittag noch eine zweite Tour machen. Mal schauen. Christina ist ja sehr optimistisch. Ja warum, wir sind doch noch früh. Ist ja nicht so, als wären wir gerade schon ordentlich am Pusten gewesen wären. Ich muss das übrigens mal zeigen. Ich glaube das ist der Kollege, oder? Ja. Christina muss nochmal ihr Tageshighlight hier. Der Hund tritt schon durch. Ja das riecht jetzt wieder anders. Also ich weiß nicht, ob das unterschiedlicher ist. Ja. Na ja. Weiter geht's. Hast du was gefunden? Immer das. Mal gucken, ob das okay ist und wie geht. Zeig mal. Was ist denn da? Da sind Milliarden von Kauf. Einer war schon Frosch. Da hinten, diese riesigen. Siehst du die nicht? Nach einer Runde um den Gamska See und eine Erfrischung für den Herrn Lehmann, suchen wir uns ein schattiges Plätzchen auf der Gamsalm und gönnen uns ein leckeres Jausenbrettchen. Und wenn dir dieses Video bis hierher gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du uns einen Daumen nach oben gibst. Damit hilfst du uns sehr dabei, dass YouTube dieses Video weiteren Zuschauern vorschlägt und die Waldhelden-Community weiter fleißig wächst. Und falls dich Videos rund ums Thema Camping grundsätzlich interessieren, abonniere auch gerne den Kanal und klick die Glocke. Hier gibt es jeden Sonntag neue Reisevideos, Campingtipps, Wohnmobilumbauten und so weiter. Wir würden uns sehr freuen, wenn du auch zukünftig bei den Waldhelden dabei bist. Die Tour gegenüber eine Skipiste war dementsprechend sehr steil, aber dafür war da wenig los. Und man hatte halt natürlich mega Blick auf Zugspitze und ... Ehrwald? Ehrwald? ... den eigentlichen offiziellen Weg wieder zurück. Das ist eine relativ breite geschotterte Straße. Also man kann halt auch mit Auto hochfahren, wenn man jetzt mal nicht so gut zu Fuß sein sollte. Oder wir haben auch unterwegs Leute getroffen, die mit Kinderwagen halt auf der Hütte waren. Ja, können wir auf jeden Fall empfehlen. Und jetzt geht es erstmal Richtung Campingplatz und dann schauen wir mal, was wir heute noch so anstellen. Weil das ist ja noch früh. Ich habe Udo nämlich heute mal ein bisschen aufgescheucht. Somit waren wir schon um halb sieben unterwegs. Ach, halb sieben. Halb sieben, da war Christina noch in der Pofe. Um halb elf schon unterwegs anstatt erst halb zwei oder so. Genau. Das lebt mal an. Zwei. Zwei. Liebe. Wieder unten am Campingplatz angekommen, werfen wir noch einen schnellen Blick in die Banorama 1926 Ausstellung. Der Zutritt ist mit einem gültigen Bahnticket möglich oder kostet für Erwachsene 5 Euro. Den Abend lassen wir dann vom Wohnmobil ausklingen und genießen das Alpenglühen. So, schönen guten Morgen hier an Tag zwei auf dem Zugspitzresort. Beziehungsweise wir sind schon unterwegs und man mag es kaum glauben, wir haben kurze Hosen, kurze Shirts. Shirts hatten wir gestern auch schon kurz, aber es sind acht Stunden Sonne gemeldet für heute. Und eigentlich wollten wir oder haben wir zumindest gesehen, gibt es oben eine schöne Hochtörlerunde. Das wäre noch so für uns Flachland Tiroler machbar gewesen, irgendwie sechs Kilometer, 300 Höhenmeter. Aber diese Hochtörlerhütte, die dann quasi so das Ziel gewesen wäre, die hat heute geschlossen. Und ja, haben wir gesagt, irgendwie auch ein bisschen schade, wenn man dann so kein richtiges Ziel hat. Wenn es keinen Kuchen gibt oder so. Genau, oder keine Erfrischung. Und deswegen haben wir uns überlegt, laufen wir heute ja erstmal runter ins Tal, also nach Erwald City. Und von da aus gibt es dann halt auch wohl noch einen schönen Weg, der dann nochmal zu Gamsalm führt. Also da waren wir ja gestern schon mal. Hast du eigentlich deine Schwimmsachen mit? Und ich habe eine Schwimmsache mitgenommen, da ist ja so ein Wasserspeicher, wo man aber schwimmen darf. Also es ist halt auch extra so ein Schwimmsteg. Du vorher wieder meckert in den Kommentaren. Genau, und ja, ich habe mal die Schwimmsachen mitgenommen, wenn das jetzt wirklich richtig warm wird, weil wir haben auf jeden Fall wieder einen Anstieg vor uns, dann würde ich mich da vielleicht mal abkühlen, mal schauen. Ja. Ansonsten gibt es da bestimmt wieder vielleicht heute Kaffee und Kuchen oder so eine tolle Jause. Die hat noch mega so hausgemachte Limo, also die kann ich auf jeden Fall empfehlen, die werde ich mir nachher gönnen. Ja. Aber wir gucken erst mal unten in Erwald, ob es da irgendwie einen Kaffee gibt oder so. Ja. Schauen wir mal. Wir nehmen euch natürlich mit. Auf geht's. Auf geht's. Ja. Ich bin ich. Auf geht's. 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 so wir waren jetzt gerade im tal quasi also ein bisschen oberhalb von erwald bei dem gasthaus panorama sah auch ganz nett aus die hat noch so eine panorama terrasse daher wahrscheinlich der name wo man so schön über erwald gucken konnte das ist hier am fuß man sieht das hier noch ein bisschen von den wettersteinbahnen also auch ein kleines skigebiet hier aber ja wir haben noch relativ früh kurz vor 12 deswegen haben wir uns überlegt wir laufen dann direkt weiter hoch zur gamsalm das ist ja doch noch mal schöner wenn man da so oben diesen panoramablick hat und christina und herr lehmann wollten ja auch noch in den badesee naja und deswegen kämpfen wir uns jetzt mal hier den ganzen weg wieder hoch für uns flachland tiroler ja immer anstrengend aber wir schaffen das auch hier da sind übrigens da ist der rest der reisegruppe dann machen wir gleich noch einen schwimmiestopp ne der rettung schwimmer komm schnell wieder hoch die ist er zum fehlen so was ist hier zweitemal jetzt gamsalm check immer noch wir haben von dem insider gerade noch den tipp bekommen also wenn ihr auch mal zu gamsalm geht dann solltet ihr auf jeden fall den kaiserschmarrn probieren und das ist eine riesenstation und die kaiserschmarrn ja wenn es die gibt die gibt es wohl anscheinend also nicht immer aber wenn die im angebot sind solltet ihr da zuschlagen ja wir hatten jetzt so einen seniorenteller mit pommes und schnitzel ich glaube kinderteller war das aber reicht aber trotzdem wenn man sich noch ein bisschen am berg bewegen will und ich hatte so sauerkraut mit mit fettwurst und wir haben unterwegs noch einen waltherdenaufkleber positioniert versteckt udo blendet das mal eben kurz ein und wenn ihr uns bei komod folgt und ihr seid zufälligerweise auch hier in der region unterwegs und ihr lauft diesen weg dann macht ein beweisfoto von unserem foto ja vom aufkleber ja vom aufkleber genau und ihr könnt auf jeden fall was gewinnen was wir gewinnen udo das kannst du jetzt verraten ja da hätten wir vielleicht vorher absprechen sollen aber wir haben ja ganz viele tolle sachen also ich sag mal irgendwie ein heat date haben wir bestimmt noch im lager spanngurte vom gurtshop also irgendwie sowas in der art ihr könnt euch ja auch was aussuchen oder vielleicht auch gewürze aus der strandküche haben wir auch noch genau genau also wer das zufälligerweise wer den aufkleber findet und uns verteckt bei instagram genau der gewinnt was tolles meldet euch gerne jetzt geht es erstmal zum campingplatz und ich könnte mir vorstellen da gibt es nur noch einen kaffee und vielleicht ein stück kuchen vielleicht mal schauen na klar gab es noch kaffee und kuchen und am abend bauen wir die sitzecke im slide-out des ambitions noch in eine große launch liegefläche um und machen uns einen gebütlichen kinoabend bevor wir euch gleich das zugspitz ressort nochmal etwas genauer zeigen möchten wir euch unseren heutigen videosponsor vorstellen das ist der vpn anbieter cyberghost cyberghost ist mit 38 millionen nutzern weltweit einer der führenden anbieter im bereich online privatsphäre und sicherheit cyberghost verbirgt eure ip adresse und leitet euren gesamten datenverkehr verschlüsselt über einen sicheren vpn tunnel aber was bedeutet das denn jetzt in der praxis mit cyberghost könnt ihr zum beispiel geografische einschränkungen von über 40 beliebten streaming plattformen entsperren also netflix hulu amazon prime disney plus und wie sie alle heißen ihr wählt dazu einfach in der software ein beliebiges land aus und die streaming plattform denkt dann dass ihr euch von genau dort einwählt das bedeutet ihr könnt zum beispiel im ausland inhalte schauen die eigentlich nur in deutschland verfügbar sind und andersherum und das gleiche funktioniert natürlich auch für alle anderen inhalte und webseiten die eigentlich nur in bestimmten ländern verfügbar sind aber das ganze ist nicht nur für surfen und streamen interessant sondern bietet euch auch zusätzliche sicherheit und anonymität im internet da keiner nachvollziehen kann von wo aus ihr euch einwählt wie eure ip adresse lautet und welche webseiten ihr besucht nicht mal cyberghost selbst weiß dass da sie eine strikte no log policy betreiben also keinerlei daten von euch aufzeichnen die installation und verwendung ist mega einfach und für alle gängigen plattformen verfügbar also egal ob ihr das ganze als app auf dem handy auf einem mac auf einem windows rechner auf dem smart tv oder auch auf der spielekonsole verwenden wollt funktioniert überall problemlos und das coole daran ihr könnt das ganze auch auf bis zu sieben endgeräten gleichzeitig verwenden also entweder für sieben eurer geräte oder auch mit freunde und familie teilen wir haben für euch natürlich auch wieder ein besonderes testangebot bekommen wenn ihr den link unten in der video beschreibung nutzt dann bekommt ihr 83 prozent auf das cyberghost vpn abo plus vier monate gratis in summe entspricht das dann zwei euro drei im monat und wem das immer noch nicht ausreicht der kann das ganze auch erstmal völlig ohne risiko testen und im zweifel von der 45 tage geld zurück garantie gebrauch machen und jetzt geht es auch schon weiter mit dem zugspitz resort in erwald falls ihr euch fragt warum die zugspitze so klein geworden ist und warum das wetter plötzlich so gut ist wir sind weiter gereist und haben uns überlegt auf dem rückweg also eigentlich wollten wir am freitag ja schon nach hause fahren wir sind hier aber wieder beim eppstein projekt vorbeigekommen haben gedacht wetter ist gut bleiben wir einfach mal bis sonntag hier dazu gibt es aber noch mal ein separates video beziehungsweise verlinken euch am ende wir wollen euch aber jetzt noch mal ein bisschen was zur zugspitz arena erzählen also nicht zur arena sondern zum resort zugspitz resort so genau da waren wir ganze drei nächte und fangen wir mal an weil es sehr umfangreich ist ein sehr großer platz der super super viel zu bieten hat und vielleicht ersten punkt vorweg das hat eigentlich so ein familien resort also wir sind ja halt keine familie und da waren halt auch eher weniger die ohne kinder da waren so gesehen also vom geräuschlichen her muss man sich da halt einfach ein bisschen auf was anderes einlassen beziehungsweise man hat irgendwie zwei drei kinder dann ja ist man das gewohnt ist man einfach gewohnt also wir waren es halt nicht gewohnt wir waren wirklich um singelt von kindern es ist natürlich jetzt auch eine momentaufnahme vielleicht ist das nicht immer so aber war jetzt halt so wo wir da waren dazu kam dass wir auch ein bisschen pech insgesamt mit dem platz haben wir standen auch neben der müll entsorgung also von hinten haben die flaschen in den container gescheppert und von vorne die kinder geschrien ja und hinter uns war ja noch diese diese holzverbrennungs geschichte genau ja da ist noch so die machen halt irgendwie strom oder wärme aus so hackschnitzeln die ist auch ein bisschen oberhalb die war auch relativ laut also wir wollen jetzt nicht nur reden aber da müsste halt einfach gucken dass er halt selber jeder ist für sein eigenes glück verantwortlich also platz 1220 auf jeden fall riesengroß aber nicht zu empfehlen also nicht die 1220 andrehen lassen aber ansonsten hat uns da ja eigentlich alles sehr gut gefallen also die sanitäranlagen da kannst du jetzt am meisten zu sagen das ist auch alles relativ neu da gemacht worden auch die bade also die sanitäranlagen man hat da so im grunde ein eigenes komplettes waschzimmer bekommt man da eine dusche und toilette ein großes waschbecken alles immer super sauber also jeden morgen wenn ich da rein kam auch permanent anscheinend eine putzfrau da die dann immer da durchgegangen ist die bäder wieder sauber gemacht hat alles mega schick total schön angelegt auch die ganze anlage das hotel was dazu gehört da gibt es haben wir ja gerade schon gesagt für kinder total viel die hatten so eine go kart bahn wo man so ketka fahren konnte verschiedene spielplätze ja einfach alles auch den riesengroßen schwimmbereich für kinder mit sechs rutschen ja mindestens also riesig riesig groß für kleine kinder also mit so ein bisschen plätscheranlage dann auch kleine rutschen für kleine kinder aber dann waren da halt auch so zwei speed rutschen wo man dann auch so ein battle machen konnte dann haben wir natürlich auch getestet für euch dann blenden wir auch mal hier auf jeden fall ein sowieso da kann man sich auf jeden fall vermachen dann draußen die anlage ist riesengroß wenn man jetzt so ein wetter hätte wie heute ein schöner schwimmteich mit überall so chill lounges mit schatten und das aber dann wirklich eher für erwachsene also ich meine auch gelesen zu haben dass der bereich ab 16 ist und dann wirklich der kinderbereich auch für die kinder ist also ich finde da ein bisschen dann halt auch die eltern mit kindern rücksicht drauf nehmen dass die da jetzt nicht vielleicht unbedingt am schwimmteich auch noch irgendwie für gaudi sorgen also das haben die dann halt schon getrennt ob dazu eingehalten wir konnten wir jetzt nicht feststellen weil draußen mal wenig los war wenig los insgesamt ja ansonsten könnt ihr halt alles vom hotel halt auch mit nutzen da gibt es noch ein riesengroßes fitnessstudio da wurde auch ordentlich gepumpt habe ich gesehen ihr könnt da frühstücken ihr könnt da mittagessen und abendessen buchen also im hotel müsst dann natürlich bezahlen und reservieren aber ansonsten im endeffekt habt ihr da eigentlich euer eigenes hotelzimmer was ihr mitbringt aber könnt alle vorzüge von dem hotel nutzen dann kurz zur lage ich wollte mit dem spa bereich der gehört ja noch dazu quasi der ist halt im preis mit drin genau wie die ganze schwimm area also das könnt ihr halt auch nutzen wenn ihr den campingplatz halt benutzt der spa bereich war jetzt für uns ein bisschen enttäuschend sage ich jetzt mal der war relativ überschaubar es gab eine biosauna also so eine 60 grad sauna eine finnische sauna und ein dampfbad ne zwei eigentlich eine war aber außer betrieb und der bereich ist sehr überschaubar genau auch die saunen relativ klein also vier leute dann war die voll es war halt so ein bisschen auch von der lage also man hat ja draußen im grunde so eine super schöne anlage und dieser spa bereich ist halt so im keller gepackt ohne dass man irgendwo raus gucken kann man hat ja da so ein rundrum panorama blick eigentlich auf die zugspitze und alles andere erwald ja und die dieser ganze sauna anlage ist halt da so ein bisschen im keller versteckt ja so ein bisschen ja stiefmütterlich behandelt sage ich jetzt mal vorsichtig ja wir haben vielleicht auch einfach mehr erwartet aber auch vielleicht einfach so ein bisschen den preis und der lage geschuldet weil das war jetzt halt auch so mit der also einer der teuersten plätze die wir so hatten ich glaube generell auch den wo wir jemals waren also wir haben über 100 euro die nach bezahlen war noch teurer aber da war die sauna ja auch exklusiv aber wenn man das einfach mal so vergleicht wie die das angelegt haben und dadurch also da hätten die ja in erwald halt locker auch den platz und die möglichkeiten für vielleicht von der architektur vielleicht nicht ganz so gegeben oder der saunabereich war schon vor dem schwimmteich da aber vielleicht kommt da ja auch was in den nächsten jahren noch also wie gesagt von der sauna her wir sind halt wellness anbieter und für uns ein bisschen enttäuschend ja dann zur lage ich meine so knapp drei mal ich blende es wieder ein knapp 300 euro ein bisschen drüber also so 100 euro die nacht der hunde hat sage und schreibe neun euro die nacht gekostet das fand ich auch echt ein bisschen übertrieben kann man auf dem platz auch merken also es waren sehr wenig hunde also normal hat ja irgendwie jeder zweite camper ein hund dabei also also da war einer mit einem concord und der hatte 200 reiche leute genau also das waren reiche leute also wirklich zu 200 18 euro dann bist du da eine woche ja aber insgesamt auch also wir haben nicht viele hunde gesehen vielleicht sechs sieben oder so auf muss man sich mal überlegen auf dem ganzen campingplatz vielleicht ist es so gewollt naja aber neun euro schon ordentlich ne aber es gab zumindest eine hundedusche und hier auch so beutelchen gab es also spender aber natürlich auch genutzt für die neun euro aber jetzt auch nicht irgendwie eine hundewiese oder so irgendwie dass man da speziell für ausgelegt wäre naja oder ein hundesitter ja genau hund hinpacken und dann schön im wellness gehen ja ansonsten von der lage ihr seid da direkt halt an der zugspitzbahn an der talstation von der österreichischen seite wir sind tatsächlich nicht hochgefahren wir sind damals im also als wir schon mal skifahren waren in erwald sind wir damit gefahren da war das dann halt in unserem ski pass inkludiert aber jetzt sollte eine fahrt tal und berg und talfahrt 60 euro kosten der hund auch noch mal glaube ich ein 10er ja war uns dann irgendwie einfach nicht wert um dann einfach nur oben auf dem berg zu fahren wo wir da schon mal waren wäre bestimmt ganz cool gewesen weil oben lag ja halt auch schnee also ist ja ein gletscher aber die 60 euro das war uns einfach nicht wert ansonsten ist man da wirklich relativ weit vom schuss na ja also du kannst direkt vom platz nicht so viel wandern jetzt also wir sind zweimal gelaufen beide male dann zur gamsalm die sehr schön ist also können auf jeden fall empfehlen die touren findet er ja auch bei komod aber ja das war im grunde dann auch schon an ihr gar nicht es gab noch diese hochtörle hütte die hatte aber zu wo wir jetzt da waren das wäre noch die alternative gewesen und ansonsten müsste aber nach erwald rüber also ihr habt direkt vorm hotel fährt ein bus also könnte dann mit rüber nach nach erwald zu allen waren da 20 minuten glaube ich 20 minuten da scheint ein bisschen mehr los sein und ein bisschen schönere wanderungen auch zu sein oder eben ist halt mit dem rad dann runter oder mit dem wohnmobil oder wie auch immer also dann müsste gucken dass er da ein bisschen weiter vom platz weg kommt direkt vom platz gibt es halt diese zwei wanderungen die wir da gemacht haben plus die hochtörle oder ihr seid halt super wanderaffin und lauf zur zugspitze hoch da gab es auch ausgeschilderte wege dazu aber das ist natürlich so out of our range mit dem hund sowieso sechs stunden stand aber ob der dann auch wirklich so ist also one way sechs stunden ist man dann wieder runterfahren und die die wanderung die wir da jetzt gemacht haben die gegen dann auch zu einem großteil schon so überschiebisten also jetzt auch nicht unbedingt die schönsten wanderwege aber ja also hört sich jetzt irgendwie nach viel gemecker und genörgel an wo man jetzt irgendwie eigentlich gar nicht so rüberbringen der ausblick ist halt mega also egal in welche richtung man gucken vielleicht macht es da halt auch einfach sind dass man also da waren auch super viele mit einem wohnwagen also vielleicht macht das da auch einfach mehr sind dass man das auto noch ein bisschen mobiler ist weil wir sind ja jetzt nicht so immer die die halt bock haben markese wieder abzubauen und alles wieder zurückzuräumen um dann halt eben im wohnmobil irgendwo hinzufahren kann man natürlich auch machen aber vielleicht ist das auch wirklich eher so ein platz auf familien mit kindern ausgerichtet die dann vielleicht auch eher mal mit dem wohnwagen unterwegs sind und dann halt das auto noch nutzen um von a nach b zu kommen so würde ich das glaube ich eher sehen also ich würde den platz auch immer sofort jedem empfehlen mit kind der also für kinder ist ein mega da wer jetzt irgendwie auch so er so wie wir so nach wellness auf der ausschau ist da gibt es glaube ich schönere alternativen wo wir jetzt noch mal hin fahren würden weiß ich nicht jetzt grubhof oder sechsten oder so oder auch schwarzwälderhof also die würden wir wahrscheinlich da immer vorziehen aber ist jetzt gar nicht dass wir den den platz irgendwie schlecht reden wollen oder so also wie gesagt müsst ihr für euch selbst entscheiden uns haben auch ganz viele bei instagram geschrieben die auch sehr eher in unserer konstellation unterwegs sind dies da super schön fanden also wie gesagt ist auch immer eine momentaufnahme probiert es einfach mal aus guckt euch den platz an also verkehrt machen kann man da im grunde nix ne ne auf jeden fall gut und wenn ihr sehen wollt wie unsere tour sonst noch so verlaufen ist dann schaut euch jetzt mal diese videos an und wir sehen uns nächste woche wieder klar tschüss jetzt mal schneller ha 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 ha